Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Word of Warcraft von Blizzard Entertainment Pettstein Waddle Kay auf dem Privatserver Rising Gods hier im Hinterland hier oben drauf auf diesem kleinen Plateau hier unten können wir reingucken zu diesen Sonnentypen hier Lager von Quell Daniel genau da unten haben wir schon gequestet hier oben das Lager habe ich auch schon mal gezeigt hier ist ein Lagerfeuer ich wollte ein Lagerfeuer ich wollte ein Lagerfeuer ach ich wollte doch kochen das zeigst du mir noch die ganze Zeit einstecken was es macht ist egal unser Barfood ist besser und das muss auch noch weg das kann raus das brauchen wir nicht mehr Streit können wir mal auf Rücken ja was wollen wir hier oben die Welle Bergung der Welle wat hier ist aber kein Meer ich will keine Welle aus dem Meer klauen aus dem Bach nein auch nicht aus dem Bach aus dem Fluss nein auch nicht aus dem Fluss dann aus dem See nein Klappe Bergung der Welle die Welle ist ein Wein wir sollen den hier anquatschen und irgendwas wegen Alkohol und genau und zehn Flaschen hinterländer Honigwein verlassenen Stützpunkt der Horde aus den Kisten der Horde sicherlich und das ist die Quest hier und eigentlich hier hier sind nur ein paar einzelne genau hier am Lauerfilz die ich damals auch schon gesucht habe wir machen noch mal einen Quantensprung weil das brauche ich nicht zu zeigen ich zeige mal ganz kurz noch wie wir hierher gekommen sind hier ist der Weg hier so runter siehst auch auf der Minimap wenn du dann hier so in die Gegend kommst und hier oben kannst du auch noch weiter reiten das weiß ich glaube noch ein Stück raus und dann hoch haben wir in den Folgen auf jeden Fall alles ausgiebig getestet ach ja wo war das glaube ich in die ÖPL rein ne ÖPL WPL direkt vor hier genau ich sag's doch richtig und wir machen jetzt einen Quantensprung hier hin bis gleich so wir stehen jetzt doch erstmal hier ich will mir das auch mal hier angucken wie viel hier davon rum liegt von diesen Kisten oder wie viele rum liegen von den Kistellen und dann rennen wir mal da rein auf jeden Fall ziehen wir hier mal ein paar Schleime Schleime zusammen komm mit komm mit ja gut nicht dass einer wieder abhaut klopft neu drauf dreh dich schon mal im Kreis noch mal so tun und das und noch einer doch nicht her damit her damit her damit gab es denn schon eine Beute jawoll deswegen wollte ich gucken was bist du ja der grüner Schleim wer geht's noch vorn komm mit soo hier hin und soo und soo Schisikowski und soo lebt noch was nein wo sind die Säcke oh Mann oh ich mach das alles nur wegen den Säcken ich will das Pet letzte Chance hier zu kriegen können wir mal irgendwo Schleime ich glaub nicht da 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 pum ah ne ne wei lohnt sich nicht mehr und pum da ist der fort und pum und da ist der fort ja wohl vielleicht sollte ich die erst aufmachen und dann weiter looten siehst du hier eine Küste der Horde ja da hinten so sehen die aus ah gut dass sie leuchten hm komm mal hier 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 komm mit komm mal hier komm mal hier und dann soo und soo und soo und soo und jibie 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 da wird keine bis sechs Dämonentasche Überzieht den Feind mit der Macht des Windes, des Feuers und all solchen Dingen. Ist geil. Vor allem, ist er trinket, random trinket, was droppt. Aber auch mit Vorsicht zu genießen. Es gibt einen Kettenblitzschlag bei dem Ding. Und Kettenblitzschlag, gerade wenn du in der Inni bist und hast dort einen Gestunden vom Schurken oder einen Schaf vom Magier. Das macht das mit auf, nicht? Ich... Klatsch, boah, moin. Huch. Entschuldigung. Kennste, ne? Ja, da haben wir schon zweimal den Wein. Ah, hier ist noch eine Kiste. Um eine Ecke versteckt. Schweinwein. Die haben wir gar nicht weggeklopft. Ne, so ist es mal gar nicht gekommen. Baumonig, hier sind keine Kisten. Na, ich wollte mir das nochmal direkt mit angucken. Hier unten war auch einer. Ja. Ja, ein paar Einzelne kenne ich noch. Boah, ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Der Vierter wohn ich weil. Hühnchen da oben drauf kennt er auch noch, ne? Boah, eins fehlt noch, ne? Mist. Feralas. Dann hoffen wir mal, dass es dann in... ...in ZF droppt. Zolfarag. Hier siehst du wieder die fetten Geisterpilze. Geisterpilze, Geisterpilze. Wenn du Geisterpilze suchst, kommst du hierher als Krotakunter Aichi. Hab ich natürlich gleich draufgedrückt. Schachkopp. So, her damit. Eingriffskraftplatte. Nö. Will ich nicht. Wie viele gibt es denn hier oben drauf? Ich klötze mal nach der Gegend rum. Ich mache hier alles noch nicht das, was ich soll. Ah, hier sind wieder die Werkzeuge. Schönes Ding. What gab's? Gar reichlich, aber nicht was ich wollte. Hier oben drauf ist gar keine Kiste, aber. Geisterpilze, Geisterpilze. Ja. Gar mit. Du auch. Stell mal eine Reihe, schwenk mal um. Mach das mal so und dann so und dann. Da hat sich's schon wieder ausgeploppert. Wir hüpfen mal hier. Ah, die Truppen, die ja nicht. Aber ich will. Mehr von denen. Gebt mal her. Geht mal her. Tappen mal. Jawohl. Dann könntest du das so und so. Dann kannst du gleich wieder auf den nächsten wechseln. Lebt mal was und dann. Beutel. Oh Mannu. Habt ihr das rausgenommen? Das Pad. So, hier gibt's jetzt wesentlich mehr von den Schlammern. Beziehungsweise auch hier von den Kisten. Juhui. Juhu. Ich könnte ja auch mal die Aura wechseln. Weiches Banonenbrot. Komm mit hierher. Auch hier drin gibt's noch schöne Geisterpilze. So. So. Was gibt's denn hier nicht noch alles? Zack. 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 Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und der noch. Und. Juhu. Da hat sich's ausgeblabbert. Dann ziehen wir die drei hier noch zusammen. Hier ein schöner Mopsporn hier oben drauf. Das in dem Level noch sind's einfach. So. Schlammbedeckter Beutel. Her damit. Meins. Oh, wieder nix. Gar nix drin. Das ist gemein. Da verdruppt hier schön. Gehäuchlich. Rundrum. Von allem. Was soll ich damit? Fuckofen. Fuckofen. Jo. Gut. Stimmt. Richten mal. Da können wir ein bisschen Mana wieder. Wir gehen hier gut Mana aus. Dann setzen wir mal keine Weihe. Und richten mehr. Dauert zwar ein bisschen länger. Aber. Weitze. Da hab ich zu richten. Ne Feuerblüte. Ja. Ich sag immer. Ich will Gott sagen. Jo. War doch sonst mehr los. Zieh mal. Den. Klopfen mal den. Dann laufen wir in. Diese Richtung. Diese Richtung gar nicht weit. Juhu. Juhu. Wir wechseln. Wir wechseln. Ach. Das war es schon wieder. Schlumpenbedeckter. Heute. Ein Sternenrubin. Verhalten wir. Mal gut, dass ich die Teichen gekauft hab. Die größeren. Dann rennen wir mal hier in die Höhle rein. Hier ist ein Ableger sozusagen. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Ableger, wo es noch ein bisschen höher geht. Ja, ich weiß. Ich brauche nur das klopfen, aber ich hätte gerne. Das war es schon wieder. Ja. 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 Haben wir noch einen Bolte? Nein. Nein. Wieder keinen. Wieder keinen. Und wieder keinen. Mann. No. Komm mal her. Zack. Und so rum. Und so rum. Und. Ja. Genau. Warte bis du wieder richten kannst. Einen Haufen Schnulli rundherum. Acht Weinen. Das muss sein. Das ist gut. Da oben leuchtet noch eine Kirche. Bam, 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 bam. Da kannst du nicht hierher. Dann stellen wir mal eine Reihe. Da sind die ersten schon kaputt. Jetzt gleich mal wechseln. Genau. Da lebt noch. Jetzt nicht mehr. Gib mal her. Gib mal her. Wieder keine Tasche. Mann. Ich will, ich will, ich will. Ich kann damit Willen kriegen wir es auf die Brille. Komm mit. Komm mit. In Raamuck, in Raamuck. Jetzt hier wird es ins Gesicht bei mir. Aber Tasche zu. Jawoll. So. Schon vorbei? Mannu. Je fair, je fair, je fair, je fun. Das war's. Ganz zur Höhle ausgeräubert. Ja, mach dich mal sauber. Genau. Wir haben den Wein. Wir haben den Wein. Das muss sein. Und wir bringen den da hoch. Eine schwierige Situation. Quantensprung. So, wir sind hier wieder am Kniegräberslager. Am Lager. Beim Gilveradien Sonnenjäger. Ich has den Wein. Ja. Bis bald. Liefert das Fass nach Orgrima an Trondrofers. Jo, Trondrofers klingt gut. Orgrima, kannst dir denken, ne? Quantensprung. So, wir sind wieder in Orgrima vor Trondrofers. Bei dem sollen wir die Weinlieferung abgeben. Hier, hast du? Abgeschlossen. Das ist Oldermann. Das kommt später, später. Das machen wir auch noch, aber nicht jetzt. Was macht man jetzt? Oh, Briefkasten. Können wir gleich mal nutzen. Da ist wieder einiges geschehen. Kupferring, Kupferring, Kupferring. Rauer Stein. Ich will mal wieder Kupfer farmen. Smaragde, Smaragde. Alzerotische Diamanten. Ich habe das restliche Thoriumerz einfach mal gedisst. Genau. Und, ui, ui, ui. Das waren 386 G+. Jawohl. Heute 385 G eingenommen. Mhm. Kann so weitergehen, bitte? Das war Trondrofers. Genau. Was haben wir denn noch so offen? Das haben wir eigentlich alles so weit weg. Sili und so weiter. Krater. Das mache ich noch. Da sind wir jetzt schon bei der fünften. Hm. Da sollen wir hin? Nö. Machen wir später. Gibt eh nur Folgequests für Sili. Sili, Winterquests für Sili, Winterquests für Sili, Pestländer, kommt auch. Nö. Wir machen jetzt einen Quantensprung ins Ödland. Bis gleich. So. Willkommen im Ödland in Kargat. Hier wollte ich noch mal gucken. Nee, das war Instant. WRD. Begebt euch in die brennende Steppe und beschafft zehn gerissene Elementarspitale. Aber das können wir ja mal mitmachen. Golems. Donnerbräu Rezept. Nee, das ist auf jeden Fall im Blackrock-Tiefen. Sucht nicht den Tod. Die dunkle Stellen-Schriftafel. Bo-bo-bo-bo-bo. Schwarzfelsspitze. Nee. Hier müssen es doch noch ein paar Quiz geben. Wartet, wartet. Abteilung. Halt. Das geht übrigens auf den rechten Fuß. Was ihr wolle. Brennende Steppe. Was aus Scharni Ehrenhauer geworden ist. Ja, den Brennende Steppe wollen wir ja. Zeig mal hier. Tötet Übermeister Pyrrhon. Zum Steinbruch. Ja, das können wir auch gleich mal mitmachen. Da hast du recht. Der ist davor. Und brennende Steppe, sengende Schluck. Das ist der Pyrrhon innen drin. Hier ist der Schreckenfels mit der... Und die Splitter zeigte er mir nicht. Golems hieß es. Golems, ne? Golems müssen wir sicherlich auch in der brennenden Steppe verklatschen. Was denn das für Wort? Verklatschen. Das gibt es ganz eindeutig. Kriegshürst Omok, Wun. Nein. Seht's mal ab. Seht's mal ab. Lex Lord, Agentin Bishu. Nein, die ist auch in der Instanz. Hallikun ist auch in der Instanz. Bab. Seid gegrüßt. Abgerutscht. Mit die Befehle des Kriegshirn. Geht das so rum los? Blut und Talag. Blut Talag. Kriegshürb Blut Talag. Aha, aha, aha. Wurm Talag. Schwarz, Fels, Spitze. Das klingt doch noch LBRS, oder? Nein, Schwarzfeld, Spitze. Ja, die ist in LBRS. Also LBRS ist nur Schwarzfeld, Spitze. Da ist es recht. Bambam, 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 bambam. Habe ich jetzt alle Klarheiten beseitigt? Total verwirrt. Dann gucken wir mal rüber. Sengende Schlacht. Hier gibt es nämlich mehrere Eingänge. Sozusagen Blackrock. Hier so dazwischen sind wir ja schon mal durchgelaufen. Da gibt es die Schwarzfeldstiefen. Die Kette runter. Da gibt es die Schwarzfeldspitze. Kette hoch. Schwarzfeldspitze. Wenn du reinläufst, kannst du unten rechts abbiegen. Dann hast du LBRS. Lauer Blackrock Spire. Oder wenn du den Schlüssel hast, beziehungsweise auf dem Patch stand, hier brauchst du keinen Schlüssel mehr, kannst du das Rondell hoch und links abbiegen. Da die Tür ist dann automatisch offen. Da hast du dann UBRS. Aber Blackrock Spire. Obere Schwarzfeldspitze. LBRS. Untere Schwarzfeldspitze. Dann gibt es noch zwei Raids. MC und BWL. Molten Core. Kette runter. Unten durchs Fenster springen und nicht in die Lava. Und vorher die Vorquest gemacht. Ansonsten Lava. Und... BWL. Kette hoch. Rechts abbiegen. Hinten Kugel antatschen. Wenn du vorher Vorquest gemacht hast. Traki legen und Kugel antatschen. Und draußen wieder abgeben. Genau. Siehst du? So sieht's aus. So. Wir wollten... Schon abfällig verkatscht. Wir wollten weitermachen. Ne, nicht weit. Von Ilwin. Brennende Steppe. Hier oben an dem Posten war man schon. Da, 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 da. Hier irgendwo. Und da machen wir dann auch einen Quantensprung hin. Und machen dann dort weiter. Oder? Ja, wir machen erstmal dort weiter. Genau. Vielleicht kriegen wir ja noch Queste, die uns direkt in den Blackrock reinschicken. Um dort ein paar Mobs zu klatschen. Da können wir dann auch den Pyron mitmachen. Also. Moment. Wir sind doch schon mal auf einer Zeitrande. Das bringt doch gar nichts, einen Quantensprung da runter zu machen. Ähm. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn's euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Wort auf Warcraft von Blizzard Entertainment, Petschland, Wottelker, von Privatsober, Rising Gods. Dann da unten in der brennenden Steppe in dem Posten. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüssiikowski.